Hallo und herzlich willkommen, liebe Step-in-Community hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich dir die letzten beiden Tagen kurz zusammenfassen. Es sind wirklich interessante News dabei gewesen, die solltest du unbedingt anschauen und auch konsumieren, denn wir haben eine neue Kostenstruktur bekommen. Das bedeutet für uns alle, wenn wir unsere Sneaker leveln möchten, müssen wir in Zukunft mehr Geld bezahlen. Und ich werde dir aufzeigen, in welchen Punkten du mehr Geld bezahlst. Und wir werden auf den hauseigenen GMT-Governance-Token eingehen. Der geht gerade durch die Decke und ich werde dir die Gründe dazu einmal nennen, warum das Ganze durch die Decke geht. Und wir haben oder Step-in wurde Opfer eines DDoS-Angriffes. Was ist da eigentlich passiert und was hat zu den Netzwerkausfällen gefühlt und wie geht es jetzt zukünftig mit Step-in weiter? All das werde ich dir in diesem heutigen Video mitgeben und ich würde mich riesig freuen, nur sofern dir dieser Content auch gefällt, auch mir ein Like zu geben, würde mich auf jeden Fall riesig supporten. Und falls du es noch nicht gemacht hast, gerne auch ein Abo, damit du in Zukunft keine solcher Videos mehr verpassen solltest. Ich werde nämlich eine komplette Reihe nur über Step-in aufnehmen und dir die einzelnen Informationen mit herantragen. Viel Spaß mit diesem Video gleich nach dem Intro, den du dir aber bitte einmal vorstellen solltest, weil ich habe immer noch keins. So, gehen wir einmal auf Step-in direkt ein. Denn wir haben gestern, vorgestern gemerkt, dass die App nicht so richtig funktioniert hat, wie sie sollte. Wir haben oftmals Netzwerkprobleme gehabt. Viele Leute haben bemängelt, dass ihre einzelnen Guthaben verschwunden sein sollten. Wir haben mit dem neuen iOS-Update, Apple Play Store, oder Google Play Store Update auch eine Binance Smart Chain Integration gesehen. Und das hat komplett zum Ausfall der Netzwerke geführt. Und hinzu kommt auch nochmal, dass Step-in Opfer einer DDoS-Attacke war. Und das hatte hier Step-in auch nochmal heute mitgeteilt, dass es im höchsten Peak 79 Millionen Anfragen waren. Teilweise war die Website nicht mehr erreichbar und die App überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Und in dem Punkt hat aber Step-in das Ganze jetzt identifiziert und auch korrigiert. Und ich finde, in der Zukunft sollte sowas eigentlich nicht vorkommen, weil man natürlich auch solch Erfahrungen auch lernt. So, in der letzten AMA von Step-in wurden einige sehr, sehr heiß diskutierte Themenbereiche angesprochen. Es wurde eine Veränderung durchgeführt und zwar in der Kostenstruktur. Die Kostenstruktur sieht wie folgt aus. Und zwar brauchst du, so war es ja herkömmlich der Fall, dass man nur GST gebraucht hat, um seinen Sneaker auf die nächsthöhere Ebene zu bringen, also auf das nächsthöhere Level zu bringen. Jetzt brauchen wir aber in gewissen Abständen auch noch zusätzlich den GMT-Token, um ein Level-Upgrade durchzuführen. Und hinzu kommt, dass jetzt GMT auch in der Zukunft eine überaus tragende Rolle spielen wird. Und all das haben sie jetzt im White Paper aktualisiert. Ich werde dir das natürlich auch in den Videos mit verlinken, damit du bestmöglich informiert bist. Und in dem Punkt geht es auch, das war uns alle klar, dass man in Zukunft ab Level 30 auch GMT verdienen kann. Es wurden einige Mechaniken mit eingetragen, die wirklich überaus spannend sind. Auch ein Burning-Mechanik wurde eingetragen, sodass auch GMT auch verbrannt wird. Und überaus interessante Informationen, die solltest du dir definitiv lesen. Das hat dazu geführt, dass der GMT-Token oder Coin auch wirklich seinen letzten Allzeithoch gesehen hat und einen massiven Pump hinter sich gebracht hat, weil einfach viele, viele Leute jetzt auf Folgendes spekulieren. Die Leute spekulieren jetzt darauf, dass in Zukunft GMT noch wertvoller sein sollte als GST. Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis GST im Wert sinkt, weil umso mehr Leute am System, am Netzwerk, Ökosystem teilnehmen und vielleicht in den einen oder anderen GST verkaufen, umso niedriger wird ja auch der Wert. Und viele Leute spekulieren jetzt damit, dass GMT quasi noch wertvoller sein könnte oder wird als GST und natürlich auch für das Level-Upgrade benötigt wird. Und schon jetzt safen sich die Leute den einen oder anderen GMT jetzt schon, damit sie einfach von günstigen Kursen eben auch jetzt schon profitieren können. Auch ich persönlich habe mir gestern Abend für 150 Dollar erstmal ein paar GMT gesaved, damit ich einfach bei den nächsten Level-Upgrades ja nicht noch eine Runde länger laufen muss oder ein Tag quasi jetzt für die Hunde geht. Und somit habe ich jetzt einfach von günstigen Kursen partizipiert. Und wie sieht eigentlich genau die Kostenstruktur denn jetzt aus? Und zwar ist es wie folgt. Wir haben ja in der Vergangenheit, um auf Level 1 zu gehen, brauchst du GST, um auf Level 2 zu gehen, brauchst du 2 GST und, und, und. Aber wirklich wichtig sind diese 5 Level, äh, diese 4, nee, 5 Level, sorry, diese 5 Level. Bei Level 5 brauchst du 10 GST und 10 GMT. Vorher waren es nur 10 GST. Und ab Level 10 auch 30 und 30, 60, 60 und hier 29, 29. Beim letzten Level war ich mir nicht so ganz sicher. Ja, ich weiß nicht, ob das 150 oder 100 sind, aber ich habe das jetzt erstmal so damit eingetragen, ähm, wirst du ja sehen, wenn du Level 30 bist. Und demzufolge haben sich schon die ein oder anderen Leute schon jetzt, äh, die GMT gesnaked und, äh, ja, warten natürlich darauf, bis sie jetzt upgraden können. Level 5 wird überaus spannend sein, weil du ab Level 5 mitten kannst. Deswegen haben sich jetzt schon sehr, sehr viele Leute mit GMT zugedeckt. So, und, ähm, auch ich habe mich zugedeckt und, äh, ich will einfach, äh, einen reibungslosen, ähm, Upgrade eben auch gewährleisten. Und ich möchte nicht noch zusätzlich noch, ähm, ja, den einen oder anderen Tag verschenken und schon jetzt von günstigen Kursen partizipieren. So, wir haben in den letzten Tagen ein Gewinnspiel gesehen. Und zwar eine Limited Edition von Step-In in Kooperation mit ASICS. Und, ähm, ja, die Teilnahme ist jetzt abgeschlossen. Das heißt, es wird jetzt kalkuliert, es wird ausgewertet. Es haben insgesamt 195.000 Menschen daran teilgenommen. Auch ich habe daran teilgenommen. Meine Chance liegt damit rein rechnerisch unter 0%. Und, also 0,000 bla bla. Und, ähm, in dem Punkt bin ich gespannt, ob, ähm, der eine oder andere aus dieser Community ausgelost wird. Würde mich riesig freuen, wenn du in den Kommentaren schreiben könntest, ob du dann auch der glückliche Gewinner oder Gewinnerin bist. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze hier noch verhält. Und, äh, mit dem letzten Update haben wir auch eine Integration in die Binance Smart Chain bekommen. Und auch über Binance ist jetzt auch ein Shop, ein NFT-Shop erstellt worden, wo du auch die einzelnen Schuhboxen gegen BNB, BUSD oder auch ETH auch, also ETH auch eintauschen kannst. Und der Preis hier für eine ungewöhnliche Qualität kostet 210 Dollar. Also ich glaube, es ist eher so ein Beat-System, dass es der Mindestpreis ist. Ich glaube, es wird geboten. Und ich bin mal gespannt, ähm, ja, wie sich das Ganze hier so verhält. Ähm, ob der eine oder andere vielleicht, ähm, günstig das Ganze schießen kann. Ich weiß nicht, ob da auch super viele Bots sein werden. Ich bin mal gespannt, ob hier die ein oder anderen Bots sich da herumtreiben wird. Also das ist natürlich ein knaller Preis. Das heißt 210 Dollar, also 0,5 BNB für einen ungewöhnlichen, äh, Sneaker. Ist, äh, definitiv, äh, ein Glücksgriff gewesen oder wäre ein Glücksgriff. Bin gespannt, ähm, wie das Ganze soweit anläuft. Wird morgen veröffentlicht, ähm, und ich werde natürlich mal reinschauen und gucken, ob ich vielleicht, äh, ob das wirklich ein Beat-System ist. Wenn nicht, dann, ähm, günstig geschossen, würde ich mal sagen. Wenn dir dieser Content hier gefallen sollte, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und auch über ein Abo deinerseits. In der Zukunft werde ich einige solcher Videos machen, auch mit Erfahrungsberichten, denn ich habe heute meinen dritten Sneaker gekauft und, äh, hab somit auch vier Energie. Was letztlich da rauskommt, werde ich dich auf jeden Fall mit abholen. Und, äh, ich bedanke mich recht herzlich, wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.